willkommen mein name ist an ihrer lp und ich begrüße euch zurück zu let's play overwatch weiter ist so ungewohnt wenn ich nicht mehr sagen muss was im letzten part passiert ist weil im letzten part haben wir online gekämpft und halt ich möchte nein nicht dass ich möchte zu abbrechen wenn ich dann bin da schon mal ein ich möchte bei ganzen zwischen hier durchgehen spiel spiel nein so manches nicht vielleicht können komplett okay weiß dass dann weiter wenn man drittes auch mal eine halbe stunde dann habe ich heute genug gespielt deutschland habe ich anderthalb stunde gespielt erreicht hat wollte wir müssen uns noch langsam daran tasten welcher hält für uns noch der passende ist war nach verbräuche dass man ihm er sieht doch hier sehr gut guter tag der fahrer exklusiv von hofer preis steuert und sprengt ein exklusiven reifen nachher mit ein gegner hat eine gegner zurückstoßende mine die mit ich mache das bomb fallen sobald verstehe ist was explosion stück nicht auch geil früher an welter nament immer mit raketenwerfer als andere geschossen bekommen einmal total er von denen also nicht online voraussetzungen war für mich immer so die kündigste klinik unter eneo schultern da wo ist er wird das spiel irgendwie das neue league of legends wird in sachen ego schulter weil es sind so eines der erfolgreichsten ego schulter jetzt außer battlefield und call of duty wer ist eine blöde frage leute kommen lasst spaß haben das war der hammer das sucht das aus ja ja irgendwann kann nur eine platzieren aber zu trinken hat hat mir eine eigene dinge an mir schaden aber ja hier war ich geil sehr gut 1 angriff beginnt gehen sie zielpunkt a 1 ja ja so schön sein schild auch backen hier ja nein das ist noch eine bombe geh da rein alter er tötet ja alles das habe ich nicht genug ne 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 wenn das irgendwie Auto explodiert oh mädchen heute wird freihaus geliefert bock ja das ist noch etwas besser holt da sind noch welche puff ha 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 ja dann habe ich natürlich alles voll geplant so aber bleibt da noch und bleibt da noch stehen so mein reifen dann kommen wir nicht vorhanden das stück du wenn auch mal weiter kommen als nur da da kann ich jetzt mal ein bisschen rausgehen danke da sind meine jawohl ok sei nach meinen toten malen bomben reingelaufen aber so hinterlasse ich muss mal meinen reifen einsetzen aber wir können ja durchlaufen ohne zu werden geil ich bin tot geil kann man reifen kann ich noch bewegen ich kann mit karte sind aber ich exklusion habe das aber ganz schön rassistisch aber jemand ist meine von eingetreten geil das ist noch ein rauschiges bettchen können die anderen auch angehalten hat hat ich habe dich irgendwie sie ich habe das vorbeirat ich habe das vorbeirat ich habe die frauzen eigentlich die frauzen ich genau das ist eure gerechte strafe haben wir da noch keine einzigen ja nichts eingenommen bei einem verlieren schon wieder eine krise doch da komme ich ich treffe mit dem normalen weil er die pein die ganze zeit ab ich treffe damit nichts wo ist hier jemand haben wir so mein level gesehen war natürlich meine absicht oder dinge begleiten wer kommt immer durch wieder ein falschen klopfen ich habe wieder ein ninja läuft die ganze zeit um eine falle ich habe hier eine jawoll kann ein auto eine bombe einfach den begleiten ein dinge ja jetzt schon jetzt und kein schild nach so einer kleinen ein übungen läuft das schon immer wenn es gegen das gesicht wir gewinnen sogar das haben wir ja mehr zeit das störte meine volle nein manchmal habe ich jetzt nicht lange zu überlegen ich dachte jetzt der wird wieder so an mir vorbeifliegen jetzt schon wieder so schöne falle platziert warum ist immer der weg soweit also wie battlefield ohne irgendwie kontroll sind wir schon bei den geh kann ja nein es hat wenn man denn nun denn 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 warum ist ja schon wieder nie mal aber wir haben gewonnen sehr gut der sauge er macht spaß mir ist er denn kennt gar nicht soll der 76 okay aber das kind an da war der ganz am anfang nämlich getötet hat als ich da geflüchtet bin da gibt es da nicht er hat es geschafft mich zu töten mich dafür verdient er was das schaden die benährung weiter jetzt macht schon laune hat spiel muss ich sagen schon lange her seit ich einen ego shooter hier so gespielt habe ich habe noch nicht immer dich in dem vorwärts vielleicht gut da geht mir einfach ja wahrscheinlich achte er nicht mehr da möchte ich doch jemand anderen die habe ich schon mal wenn man sie über die laufend schaus sonst kann man auch mal mit geringen ein großer steuerung selbstversteuerung lässt sich auch seine menschsteigen überlebt ihnen so dass ja okay das ist ja noch kurz zu 25 und mal die fähigkeiten meck anfahren lässt sich in einen neuen meck einsteigen wo es da ist den mädchen blickrichtung fliegen er wird frontal projektierwaffen ab lässt sich aus seinen weg steigen wenn er zerstört wird also war jetzt im spiel okay er verwirrt mich voll hat wir ja im ding und links sind also ladewild schon einmal im ladewild schon einmal im echten spiel 21 ja ich war schon wieder ein spiel auskommt okay ich war okay jetzt du w die wirklich w keine ja und exa meiner also komisch hat man die fähigkeit immer so mit den triggern ja so hin und her wechseln muss oder abbrechen muss voll die wand mit dem teil so verdammt ich gehe mal vom mecker ab wenn er voll geheilt ist geil kommen alle und wollen sich rechnen wenn ich einmal aus dem teil und alle kommt auf die alle auf einmal so ausgaben was sie ist ungeschützt los schnappt sie euch ausgezeichnete hier sind euch an unserem auto dran werden wir auch nicht dann kommen wir kommen unter meiner hp dieser komische balken darunter diese flamme ist das blaue lichtchen das ist eure gerechte strafe wir müssen den punkt halten ok äh hier kommt ihr nicht durch vielleicht nicht wo volle möhre da rein jetzt weiß ich nicht die fähigkeit macht ein exklusiven typen weil wir gewinnen auch wenn er so weiter geht es sollte einfach am autolat das war echt schwer als angreifer durchzukommen habe ich das gefühl ja 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 mal abend sehr schön wenn wir mal gewinnen ich habe ja oft gesehen im spiel naja 25 jährlich einmal level 25 in unserem team ist das denn aber sie ist glaube ich auch nicht so für mich aber wir müssen ja noch alles durchgehen hier geht echt nicht so aus dass wir sie so reinpassen eine seite sieht aus wie so ein r2d zu denen sie irgendwie eine schulter hat englisch ein paar sachen da sind wir jetzt einmal eine da wissen wir ja den ich freigeschaltet habe hier der erne aber nicht nur als andere farben oder 66 das war schon aus und spiert locker hier für e sports hier irgendwann durchgehen kann ja genau dann kommen wir auch mal neben den gorilla wenige defensive helden keine eiler aber kann auch trotzdem alle auswählen also das ist der karte ist das das lag extrem viel träum allerdings kannst du nur springen und zuschlagen hat ein funk holz durch die luft die gegner bei landung schaden zu füllen ein schützenden energiegruppe das wird uns beschützen die sind schon alle was zu tun haben haben wir doch voll viel zeit hier ist der kampf beginnt naja wir haben es natürlich für alle eilig hier die ganzen komplett spieler sieht voll aus wie team ford und hier raus die solchen sommer treffen ich denke mal irgendjemand läuft und neben mir und tot immerhin neben mir läuft irgendjemand reise um einen armen den ich hier so muss nur zum laufen auch gut haltet die fracht auf ja wie soll ich nun so jemand das wunder der wissenschaft macht es möglich glaube ich also warum krieg ich ja nichts getötet bei dieser affen party die stunde hat geschlagen irgendwie geht der blaue balken weiter das ist doch gut oder genauer wird also alter barriere aktiviert ja tut nein ja dann schon wieder eine eliminierung okay das ist schon der highlight des tages jetzt sehe ich schon diese tanks ne wir sind so eine riesige so eine riesige ziel scheibe solchen david bitteschön mit denen wir sparen auf dem weg gehen ich bleibe überhaupt nicht am leben ich tue gar nichts auszeigen da bin ich ja wahrscheinlich gedacht der wissenschaft macht es möglich ich verstehe jetzt nicht ein paar gewinnen oder verlieren man müsste diese um leuchten er war voll krass ja mit den tanks kommt gar nicht ganz bedienen auf schaden wir schweißer und immer mir voll riesigen schaden aber ich mache den gar nichts an schaden oder reife wieder an hat mich wieder nerd gut gleich machen war bekannt auf vorlauf hier doch wir sehen seine ultime da war richtig gut nein es war ein gewinn oder verlieren also sind angewöhnen war er voll ihre führen warum geht mit einem zweiten mal blauer okay ja das war schon klar wie seine kille einfach eingegangen ist alles getötet hat ja wie können wir nicht für den wm nachfolge stirbt hat er da gewacht hat beim saunen level abbekommen du wirst und verreicht nach dem es verlassen öffnen und uns gehen dann war freigeschaltet wieder für video maker und spray und noch ins game für roadhog und das ok warum nicht was neues ok merker der holzbein ja ich bin da brauchst du heute ich kann mich ich kann schon sehen wie ich das spiel ein bisschen öfter spiel werde doch macht es auf jeden fall vor allem nachdem ich erst bei alle sachen helden irgendwann mal ausprobiert habe und ja ich sage man auch immer das video der nächste part kommen wird sehen wir uns dann ja da sehen wir uns dann wenn ich das wieder gefallen hat die last auch irgendwie in like kommentar aber dislike was weiß ich um irgendwie zu sagen das hat mir gefallen in dem sinne dankeschön fürs zuschauen und tschüss bis zur nächsten folge